Moin Leute, es ist mal wieder soweit. Wir machen wieder einen weiteren Monster-Guide und wie ihr unschwer erkennen könnt, schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer die Höllendamen an. Und wie ihr auch unschwer erkennen könnt, fehlt da noch ein Platz in meinem Profil. Ein sehr hell, leuchtender, scheinender, lichterstrahlender, lichterstrahlender Platz. Ja, also die Azima fehlt hier noch natürlich, ganz klar. Und wir werden uns heute mal angucken, wie die Höllendamen so drauf sind und welche man unbedingt bauen sollte, welche vielleicht eher weniger. Würde ich gut sagen, wir springen rein. So und wie ihr sie alle schon kennt, die Monster-Guide, die wir bisher gemacht haben. Ansonsten, wenn ihr die noch nicht kennt, dann guckt euch auch gerne mal die Playlist dazu an. Wir haben schon einige Monsters durch, die wir uns so angeschaut haben, ein bisschen genauer und wie man sie vor allem baut und auch einsetzt. Und wir gehen wieder wie in altbewährter Form die einzelnen Elemente durch, von Feuer bis Dunkel und starten mit der guten Raki. Raki ist ein sehr Tollet-Monster an sich und hat auch gute Einsatzmöglichkeiten. Allerdings wird euch die, wenn ihr die jetzt gerade frisch gezogen habt und vielleicht noch die PvE-Teams nicht richtig laufen, wird die euch am Anfang nicht viel bringen. Wir gucken uns mal die Fähigkeiten an. Die erste Fähigkeit, die alle Höllendamen haben, ist Wunde und das Ding greift mit einer scharfen Klinge an und fügt einen zwei Runden kontinuierlichen Schadenseffekt hinzu. Also Not quasi, wunderbar, ist nicht weiter erwähnenswert. Werden wir später noch sehen, das macht mit bestimmten anderen Units hier aus dem ersten von den Höllendamen, macht das mehr Sinn als mit Raki. Aber ja, haben alle Höllendamen, okay. Zweite Fähigkeit, die ist sehr interessant und die unterschätzen viele auch, weil sie nicht richtig zu Ende lesen. Hier steht Zertrümmern, greift den Feind zweimal an und kann dabei die Verteidigung für zwei Runden lang brechen. Ja, mit einer Chance von 50%. Die geht sogar noch auf 60 hoch. Und dein Angriffsbalken steigt um jeweils 10%, wenn der Angriff kritisch trifft. Also das heißt, wenn wir jetzt, je mehr Gegner wir treffen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir sind in einer Arena unterwegs und wir treffen mit Zertrümmern oder in einer Weltarena, treffen wir vier Gegner, zweimal zwei. Also das heißt, wir sind dann, also zweimal treffen wir die vier Reihen sozusagen. Das heißt, wir haben acht Treffer getroffen. Wenn die alle kritisch landen, können wir hier in Angriffsbalken um 80% wieder nach oben ziehen von ihr selbst. Also das heißt, danach hat sie direkt fast wieder einen Turn. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, gerade in Verbindung mit der dritten Fähigkeit Seelenvernichter. Und Seelenvernichter ist, also generell dieses ganze Kit von ihr ist sehr PvP ausgerichtet. Hier haben wir die Möglichkeit, wieder einen Double-Hit zu landen, fügt mit zwei Angriffen Schaden zu, die nicht als Streifschuss landen können. Das ist auch sehr wichtig. Also hier kann nicht geglanzt werden und ignoriert alle Effekte, die dem Tod widerstehen. Alle Effekte. Also wir können hier so ziemlich viele Monster aus dem Leben holen, die wir sonst nicht aus dem Leben holen können. Mihos ist so das Klassische, was mir jetzt einfallen würde. Raki ist ein super Miho-Counter. Ich glaube, Theomas sollte damit auch gekillt werden können. Wenn ich mich recht entsinne. Ansonsten alles, was, wie gesagt, dem Tod widerstehen kann oder wiederbelebt wird, ist hier super nutzbar. Also den ganzen Revive-Meter und all den ganzen Blödsinn, den es da so gibt, stürt alles weg durch Seelenvernichter und kommt auch nicht wieder. Hier steht, wenn du den Gegner getötet hast, bist du für eine Runde immun gegen den Tod. Ja, und der besiegte Feind kann nicht wiederbelebt werden. Das ist jetzt der letzte Satz, das ist nochmal wichtig. Also das heißt, dieses ganze Revive-Zeug, was ihr trefft, kann mit Raki einfach weggetötet werden. Pörner ist zum Beispiel so ein Beispiel. Also alles, was wiederbelebt werden kann. Vanessa, also wenn Vanessa zum Beispiel andere Leute wiederbelebt, kann Raki sie sozusagen wegmachen. Also komplett, dass sie auch nicht mehr wiederkommen. Also die dritte Fähigkeit von Raki ist sehr gut. Vor allem kann man Raki dann, so wie sie jetzt gerade auch ist, man sieht es ja auch, sie hat eine Arena-Lead. Die Arena-Lead ist auch sehr mächtig. Also das heißt, gerade auch in der Realtime-Arena als auch in der normalen Arena könnt ihr sie natürlich dadurch dann nutzen und eine 44-prozentige Angriffskraft lead. Das bedeutet, ihr nutzt Raki vor allem, in der Arena kann man sie als Leader eben entsprechend benutzen und in der Welt-Arena kann man sie auch durchaus benutzen. Ich spiele sie mal ganz gerne in einer Slow-Cleave. Also das heißt, in einer Cleave-Variante, die erst auf die zweite Runde geht. Also das heißt, ihr wollt erst, dass der Gegner alle seine Runden macht und dann seid ihr dran und macht ihn möglichst schnell weg. Das ist ja die Definition von einer Cleave, dass ihr den Gegner so schnell wie möglich wegtötet. Ja, ich würde sagen, genug der warmen Worte. Schauen wir uns doch mal an, wie man sie vielleicht auch nutzt. Und ich würde sagen, wir springen da mal rüber zu einem Bild, zu einem Bild von dem guten Schinsal, den ich euch jetzt mal zeigen möchte. So und soweit mussten wir gar nicht springen. Wir sind hier auf dem, ich habe mir mal gebeten, den guten Schinsal, dass er mal seine Raki rausstellen soll. Einfach um mal den Leuten so einen groben Blick dazu geben, wie man Raki baut in der Arena. Ja, also Raki wird man hier quasi spielen als Arena Leader und dann auf Wille ist zwingend notwendig und wenn ihr könnt, mit Fight-Sets ausstatten. Also wenn ihr diese Ruhnenqualität, so wie der gute Schinsal, hier hinbekommt, um euren Luschen einfach noch ein bisschen zu verbessern in der Arena, dann kann man Raki hier noch mit reinstellen, mit Fight-Sets. Wenn ihr das nicht hinbekommt, ist auch völlig fein, wenn ihr auf ein Fatal-Set geht oder auf, also Hauptsache, dass ihr quasi viel Attack-Crit-Rate und Crit-Damage hinbekommt und sie sollte auch, sage ich mal, nicht so viel sterben. Ihr seht jetzt schon, wie da die 1000 Dev anpeilen und ja, so 18k, vielleicht nicht so ganz, also sie hat halt einen guten Base-Wert, was die HP angeht, haben die Höllendamen, glaube ich, alle. Und deswegen, ja, passt das schon, wenn man die so mitnimmt. Ihr seht selbst, hier sind auch noch ein paar Artefakte nicht max, weil die auch einfach nicht so gut sind. Aber so kann man quasi Raki in der Arena bauen. Jetzt kann ich euch nochmal zeigen, wie konkret man die jetzt einsetzt. Ja, das war vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen mal sehen, wie das jetzt, es ist mal schön, die Runen zu sehen, aber wie sieht man vielleicht auch, also ich kann es jetzt euch in dem Fall auch zeigen, weil ich das Monster habe und ich glaube, wir haben hier sogar direkt, oh wow, das passt ja super, wir haben hier sogar direkt was, wo man sie nutzen kann. Also das ist jetzt meine Raki. Meine Raki ist leider nicht auf solchen Fight-Sets, wie sie zum Beispiel bei der Schinsal hat, aber ihr solltet Minimum, solltet ihr ein Willes-Set haben und wahrscheinlich muss ich meine Raki auch auf einen Attack-Prozentwert bringen. Also der gute Schinsal hatte Raki auf Attack-Prozent, Crit-Damage Attack-Prozent, würde ich euch auch raten. So viel Crit-Rate wie möglich, ja, also gerade wegen der zweiten Fähigkeit und auch gerade, weil ihr auch ein bisschen Damage drücken wollt. Und dann ist hier eigentlich ihre Aufgabe, gerade wenn sie ein Fight-Set trägt, wenn ihr wisst, dass ihr in der Arena gegen Gegner spielt, die euch, sage ich mal, nicht outspeeden werden, also ich gehe von diesem Team, gehe ich zwar aus, die hat zwar eine 33er Speed-Lead, aber wenn ich die anderen Monster alle so sehe, hier wird keiner uns irgendwie runterstrippen von unserem Willerun, ja, sondern wir haben jetzt hier die Möglichkeit, gerade mit Raki, dieses ganze Revive-Zeug, beziehungsweise auch durch den Triana-Passiv durch, Leute wegzutöten. Das ist die Möglichkeit und gerade wenn man hier jetzt noch Fight-Ruhen drauf hat auf ihr oder vielleicht auch auf Jameer, ja, dann habt ihr sogar noch die Möglichkeit, dass euer Lucien halt noch mehr Schaden drückt. Und das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren und ich würde sagen, wir springen rein. So, da sind wir auch nochmal. Wie gesagt, das Ganze funktioniert noch besser, wenn Raki natürlich auf einem Attack-Build ist. Und wir, die haben uns jetzt nicht outspeedet, so wie ich das auch erwartet habe. Und jetzt versuchen wir hier mit Lucien die ersten Leute wegzutöten. Und alles, was dann sozusagen so halb AP stehen bleibt oder wiederbelebt werden will, so der Vanessa-Passiv ist, also ich hätte nicht erwartet, dass die Triana jetzt wegstirbt. Okay, alles, was hier sozusagen jetzt noch nicht, also wiederbelebt werden kann, so versuchen wir jetzt natürlich hier irgendwie wegzutöten. Hier hilft es, deswegen hilft es hier sehr, die Raki quasi auf Attack-Crit-Damage-Attack zu haben, meines auf Speed-Crit-Damage-Attack aus Gründen. Und jetzt versuchen wir jetzt vor allem, ich werde euch immer mal zeigen, wie das funktioniert, versuchen wir es vor allem, Pernama zu töten. Ich hoffe, dass ich ihn getötet kriege. Ja, ist er, perfekt. Okay, und jetzt kommt er auch nicht wieder. Jetzt kommt er wieder, steht hier, aber kann nicht wiederbelebt werden. Und jetzt kriegen wir den Endure-Buff mit Raki. Und jetzt, der kann ja auch nicht mehr von Vanessa, sollte der Passiv wiederverfügbar sein, mehr zurückgeholt werden. Und wir haben jetzt eigentlich schon an der Stelle so gut wie gewonnen. Wir warten jetzt darauf, dass Jameer wieder sozusagen alle Spells zurücksetzt. Und dann versuchen wir mal die zweite Runde, hoffentlich mit Lushen zu überleben. Und ja, dann gewinnen wir hier sozusagen diese Defense. Wir resetten alle, zack, haben jetzt wieder alle Buffs durch. Würde jetzt versuchen, hier wieder einfach mal zu Defense-Breaken. Ich glaube, so viel Defense-Break-ACC-Chance hat sie gar nicht, aber hat ganz gut, hat ganz gut was gebracht. Ist aber auch völlig egal wie viel, wir wollen jetzt hier einfach nur Lushen durchbekommen und dann drauf, zack, 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 bumm, die Vanessa ist tot, die sind alle tot und jetzt, ja, hat er so auffunktioniert. So kann man Raki in der Arena quasi einsetzen. Und wie gesagt, ich habe an meiner Raki auch noch Potenzial. Ihr habt gesehen, wie man bei einem guten Schinsa, wie man die runen könnte. Wenn man sie auf Fight hat, wenn man die anderen Monster alle auf Fight hat, dann drückt euer Lushen auch noch mehr Schaden. Und so kann man sie in der Arena nutzen. In der Welt-Arena kann man sie ganz gut nutzen als, wie gesagt, als Slow-Cleave-Unit. Ich habe sie hier auch so geruhnt. Ich habe sie sogar auf Vio-Wille. Also auch, hier ist sie so ein bisschen anders. Slow-Cleave bedeutet ja, dass ihr quasi den ersten Turn überleben wollt, aber Wille-Runen drauf habt, möglichst noch Shield-Runen drauf habt, ja. Und dann, dass ihr quasi, sobald ihr dann an der Reihe seid, anfangt zu Defense-Breaken, Zertrümmerer draufschmeißen und dann das andere Monster dann den Schaden drücken. Also Raki nimmt hier dann in der Welt-Arena ein bisschen eine andere Rolle ein. Und weniger, hier geht es weniger darum, ihre dritte Fähigkeit, also in der Slow-Cleave weniger darum, den Seelenfall nicht hell zu machen. Aber hier kann man auch, die kann man auch ganz gut picken gegen Mihos oder so. Also gerade, wenn Leute so mitbekommen, oh, der will Slow-Cleaven und picken eine Miho rein, dann kann man durchaus eine Raki picken und könnte mit der Miho dann wenigstens umgehen und hat sogar noch was, was dazu helfen kann. Das sind so die Anwendungsgebiete, die ich so kenne. Ja, wenn ihr noch weitere habt, wo man Raki nutzen kann, ich glaube auch gegen diese ganze Revive-Meta mit Taranis und wie sie alle heißen, ist sie auch sehr stark und kann dort genutzt werden. Anderdings wird sie da wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie auch auf so einen Damage-Stealer-Bild gebaut wird. Und vielleicht auch eher ein bisschen anders. Also das ist ja auch mehr so eine Bruiser-Art und Weise, wie man sie hier baut, wie ich sie gebaut habe in der Real-Time-Arena. Aber da gibt es verschiedene Varianten. Dat Waraki, springen wir mal weiter zum nächsten Monster. So, als nächstes gucken wir uns mal die gute Beth an. Ist ja die Höllendame in Wasser, wie man ja unschwer erkennt. Und die haben die erste Fähigkeit an sich, wieder das gleiche. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Meißeln ist das, was jetzt neu ist und was auch Azima kann. Wird nachher auch nochmal ziemlich gut sein. Und sorgt dafür, dass hier dreimal der Gegner angegriffen wird und dabei immer jeweils eine Chance besteht, kontinuierliche Schadenseffekte draufzuschmeißen. Und wenn der Gegner bereits solche besitzt, gibt es noch mehr Schaden ins Gesicht. Ja, also bis zu 50% pro Angriff. Ja, das kann situativ schon gut reindrücken. Die dritte Fähigkeit, ewige Narbe, ist ein bisschen stärker, so von der ganzen Thema Defense Breaks her, als das Zertrümmern auf der Raki oder später auch auf der Ätna. Ja, also warum ist das so? Weil hier keine Aktivierungsrate hinten dran ist. Also das heißt, wir hatten bei den Zertrümmern Speights, haben wir bis zu 60% noch Aktivierungsrate. Bis dann, dass Accuracy und Resistance Verhältnis erst abgefragt wird. Und hier haben wir direkt 100%. Das heißt, der Defense Breaks passiert hier einfach viel wahrscheinlicher. Und hier wird aber zweimal gehittet. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, die Defense Breaks zu setzen mit HP-Erholungszerstörung und gleichzeitig noch beim zweiten Hit zerstört sie die Max-HP des Gegners um den Schaden, der durch eben den zweiten Angriff verursacht wurde. Das heißt, generell, wenn wir uns auch nochmal die Leaderfähigkeit angucken, sehen wir vor allem die beiden Kombinationen zwischen Narbe, ewige Narbe und der Leaderfähigkeit hier für eine Arena. Ja, ist Beth vor allem als, ich sag mal, als Slowcleave-Monster wieder gut geeignet. Tatsächlich, man kann sie hier sozusagen wegen dem regelmäßigeren Defense Breaks spielen und vor allem deswegen, weil die HP-Lead in so einer Slowcleave, in der Realtime-Arena hilft. Also Slowcleave, für alle nicht wissen, wir wollen wieder, hatte ich ja vorhin schon kurz mal erläutert, wir wollen wieder die zweite Runde erleben. Also wir bauen quasi, wir bauen alle Monster auf Shield, auf Wille und dann versuchen wir die zweite Runde, also in die zweite Runde zu kommen. Also der Gegner kriegt die erste, wir kriegen die zweite Runde und müssen die zweite Runde, also müssen wir ja bis dahin überlebt haben und deswegen hilft der HP, oder die HP-Lead hier schon sehr, um euch einfach am Überleben zu halten. Und dann könnt ihr halt hier Defense Breaken und dann kommt euer Damage-Dealer hinterher, der das Ganze dann weglöscht. Also Beth ist hier nicht der Damage-Dealer, sondern eher der Support, auch wenn hier Angriff, also so eine Art Support sozusagen, der, der die Debuffs draufpackt, vor allem die Defense Breaks und dann tötet eigentlich ein anderes Monster den Gegner. Deswegen, ja, Beth für mehr Anbindungsgebiete, also in einer normalen Arena würde ich es eher nicht so sehen, weil in einer normalen Arena habt ihr meistens, geht ihr meistens mit Lucians, Zyros und Wassermonster, haben wir irgendwelche Wassermonster, die da so durchgehen, da fällt mir jetzt gerade gar keins ein, vielleicht Poseidon, ja. Und ansonsten würde ich hier Beth eher nicht so richtig in der Arena sehen. Man könnte jetzt darüber überlegen, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie man sie im PvE-Bereich nutzen kann, kann man sie vielleicht am Anfang noch nutzen für den Turm der Prüfungen, weil sie einfach zwei AOE-Spells hat. Vielleicht packt man sie auch im Dispair-Set, dann muss sie aber genug Tempo haben. Und ansonsten, Gen- und Belagerungskampftechnisch, wird sie quasi gar nicht benutzt. Also hier auch nicht, nope. Riss der Welten, vielleicht im Feuer-Biest, aber da gibt es wahrscheinlich auch bessere Lösungen. Und ansonsten kann man sie natürlich als Famine-Farmer nutzen. Aber auch da muss ich sagen, finde ich, gibt es bessere, wie zum Beispiel den Homonculus, der einfach mit jeder Fähigkeit ein AOE-Spell machen kann und damit quasi garantiert jeden Gegner hittet. Und wenn er ihm einfach genug Schaden gibt, dann tötet er jede Wave mit einem Hit. Und das ist bei Beth halt nicht garantiert. Und deswegen würde ich schon sagen, dass Beth hier so ein bisschen runterfällt, was das Thema angeht. Dann gucken wir uns aber trotzdem nochmal, würde ich sagen, wir springen nochmal kurz rein hier in die Beth, gucken wir uns aber trotzdem nochmal gleich ein paar Runen an, wie man die Beth quasi runen kann. So, ich habe hier eine Beth gefunden, die man zumindest, sage ich mal, für den PvE-Content, Turm der Prüfungen, Famine-Farmen nutzen kann. Urgemerkt, wenn man sie nutzen will. Ich persönlich bin nicht so der Freund, Beth überhaupt zu nutzen. Momentan Attack, Crit-Damage, Attack. Auf einem Despair-Ville-Set. Ja, ich weiß nicht, wo der gute Bolker sie noch benutzt. Ob die wirklich im PvP, also in der Arena noch benutzt wird, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht gesehen. Wenn ihr sagt, hey, man nutzt Beth vielleicht auch noch woanders in der Arena, dann schreibt das gerne mit runter in die Kommentare. Ich weiß auch nicht alles, aber ich versuche zumindest, so ein paar Sachen zu wissen. Und ansonsten, Unholy hat hier, glaube ich, auch, er nutzt hier aber, glaube ich, auf einen Speed-Crit-Damage-Attack-Bild. Genau, das kann man natürlich auch machen. Du weißt, hier kommt es immer darauf an, wo er das jetzt spielt und ob er Beth überhaupt spielt. Ansonsten würde ich eher sagen, geht er, wenn es um Famine-Farmen und PvE-Content geht, geht er hier mit dem Bild, das reicht völlig aus. Und wenn ihr die Max-Tower habt, wenn ihr eine maximale Speed-Tower habt, solltet der Speed auch für den Turm der Prüfungen reichen. Und dann kann man Beth da theoretisch auch benutzen, wenn man sie dann hat. Wille, mehr für den PvP-Bereich wahrscheinlich geeignet. Deswegen wunderte mich jetzt, dass hier Willerunen drauf sind. Die sollte man ja eher im PvP-Bereich nutzen. Und ja, viel mehr. Man kann sie natürlich auch als harten Damage-Dealer spielen, aber mir fehlt immer so ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen die Idee, wo sie dann, also in welcher Kombination sie dann gespielt wird. Also man sieht die einfach, momentan sieht man Beth halt nicht so häufig, wie sie genutzt wird. Ja, also ich meine, wenn ihr euch mal die Teams hier anguckt, die sind alle sehr, sehr wild. Und auch diese Arena-Teams, die Kerl, also Zazier, Zazier, nichts daran erinnert mich irgendwie an Arena-Teams, die vielleicht so richtig gut sind. Also es ist alles sehr, also Beth ist halt schwierig momentan wirklich zu benutzen, möchte ich damit einfach nur ausdrücken. Klar kann man die, wenn man sich die Teams hier alle anguckt, kann man die irgendwo mit reinnehmen. Aber alleine, wenn ich das hier sehe, Bernhard hier einen Beth reinspielen, vielleicht noch, um Fluff-Damage nochmal vor Lucien zu machen oder nach Lucien nochmal zu finishen, ich weiß es nicht, aber der ist ja auch schon, hat auch keine Max-Level, was die Level angeht. Alles schwierig. Also ich würde, Beth ist momentan wirklich sehr schwierig zu benutzen. Vielleicht, vielleicht kann Kontoast da noch ein bisschen was verändern, was Beth angeht. Vielleicht auch die Kombination aus dritter und zweiter Fähigkeit sind noch nicht so das wahre tatsächlich, glaube ich. Oben, ja, da gibt es, werden wir gleich sehen, die anderen, es gibt auch noch zwei Höllendamen, die jetzt als nächstes kommen, die da deutlich bessere Kit haben. Und da, das ist so ein bisschen, wo ich sagen würde, Beth ist hier nicht so gut, was das Anwendungsgebiet angeht. Zumindest, je später ihr ins Spiel kommt, seht ihr einfach keine Beths mehr. So, um das mal so davon abzuschließen. Das war Beth und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die gute Ätna an. So, und bei der dritten Höllendame im Bunde muss ich nochmal ein bisschen einfach hier den Flex raushängen lassen. Guckt euch mal die Ätna an. Die sind doch optisch schon mal sehr, sehr ansprechend. Natürlich alle Höllendamen, ihr kennt euch aus. Wegen ihrem guten Charakter natürlich. Wegen dem Charakter. Und bei Ätna vor allem auch deswegen, weil das Kit, also das Kit der Fähigkeiten hier, wirklich sehr gut miteinander synergiert. Und Ätna ist nicht immer so stark gewesen, aber geworden. Also Kompos hat es echt geschafft über verschiedene Patches hinweg, dass Ätna jetzt wirklich ein richtig gutes Monster geworden ist und wirklich sehr verschiedenartig benutzt werden kann. Also, ich habe gleich noch ein paar Runenbilds für euch vorbereitet, aber Ätna kann man vor allem im Gehlen- und Belahrungskampf sehr gut nutzen. Wir gucken uns nochmal die Fähigkeiten an. Ihr kennt ja schon Wunde. Die erste Fähigkeit hatten wir schon. Zertrümmern ist wieder das gleiche, was Raki auch konnte. Also wieder dieser Defense Break, der, wenn er krittet, also mit doppeltem Hit, wenn er krittet auf den Gegnern, dann kriegt sie wieder 10% Angusbalken, was extrem mächtig ist. Und dann kommt das eins, was Ätna so ein bisschen unique macht und was sie auch richtig, richtig stark macht, ist Einfangen. Und Einfangen greift fünfmal den Gegner an, um bei jedem Angriff einen vorteilhaften Effekt nicht runterzunehmen, sondern zu stehlen. Also quasi, man nimmt ihn runter und gibt ihn sich selbst. Sehr, sehr nice. Und betäubt den Feind eine Runde lang mit einer Chance von 30%. Hört's, also für, bei diesen fünf Hits, ne, hört sich jetzt erstmal wenig an, aber jetzt kommt nochmal, das, was viel, viel wichtiger ist, die Chance, dass der Feind betäubt wird, steigt, wenn die HP des Feindes nach dem Angriff abnimmt. Die Betäubung ist garantiert, wenn der Feind 50% oder weniger HP hat. Das heißt, ihr könnt ab bestimmten Schwellenwerten, also wenn der Gegner halt unter 50% ist oder er gerade kurz über 50% ist und ihr müsst jetzt einen bestimmten Gegner rausstunnen und ihr braucht diesen fucking stunnen, nutzt einfach Einfangen und er ist gestunnt. Also Einfangen ist wirklich eine richtig, richtig starke Fähigkeit. Zum einen ist Edna auch noch, wir gehen mal jetzt, wir hören mal mit dem Flex auf. Edna ist im Übrigen dadurch auch ein sehr, sehr guter Theomas-Counter, ne, also Theomas, alle, die ihn kennen und lieben, ist der Kollege hier, ne, dafür ist sie auch sehr gut geeignet und generell ist durch diese dritte Fähigkeit mit dem Stehlen von, von, von Buffs, ist, ist Edna wirklich stark. Gehende Belagerungskampf sieht man die jetzt häufiger, man kann sie auch wieder in der Slowcleave nutzen, also generell diese ganze mit den AOE-Defense-Breaks, sowas hilft halt auch in der Slowcleave sehr weiter und Edna ist wirklich eine tolle Unit geworden, also ich nutze die sehr, sehr gerne und mittlerweile sieht man die vor allem im Gehenden und Belagerungskampf sehr, was das Thema Ka-Moon-Vigor angeht. Ka-Moon-Vigor-Edna, wenn man keine Saverna hat oder sowas, kann man auch Ka-Moon-Vigor-Edna spielen. Also Edna ist auch, wenn man sich mal auch die Base-Stats mal so ein bisschen vergleicht, Raki 104 Base-Speed, Bev 104 Base-Speed und jetzt kommt Edna 119 Base-Speed. Es ist richtig gut, also Bedna ist, Bedna, brah, Edna ist wirklich ein richtig gutes Monster und ich kann euch ja gleich mal ein paar Runen zeigen, würde ich sagen, wir schauen uns mal an. Ich zeige euch erstmal im ersten Schritt meine Runen, die ich so auf meiner Edna habe, ein bisschen prahlen müssen wir, und dann zeige ich euch mal, wie die Pros das Ganze ruhen. So und für meine Edna gehen wir jetzt zum ersten Mal in den Gild- und Belagerungskampf, weil ich ja schon sagte, dass man Edna hier super spielen kann und was ja immer noch Meta-Defenses sind, mal gucken, wie lange noch, ja also in den Top-Gilden haben wir schon wieder ganz andere Meta-Defenses, aber das shiftet ja auch regelmäßig. Was man auch regelmäßig erfolgreich spielen kann, ist Ka-Moon-Vigor plus Wind-DD oder plus Wind-Defense-Break-Monster sowas wie Savannah oder wie Edna. Und Edna nutze ich hier in der Kombination auf einem Violent-Bild und am besten wäre natürlich Vio-Ville, wenn ihr das hinbekommt. Habe ich jetzt mit meiner Runenqualität nicht mehr hinbekommen, deswegen ist es hier ein Frost-Set geworden. Vio-Ville auf sehr schnellen Runen wäre gut und natürlich effizient. Also bringt euch nichts, wenn ihr ein Vio-Set hinknallt, aber ihr habt keine Sets. Also ihr habt keine Stats, jetzt bin ich schon auf Sets gegangen. Also sie bringt euch nichts, wenn ihr quasi hier Vio-Runen drauf habt, aber die sind halt Schweine langsam oder haben nicht genug HP und Defense. Also sie sollte schon, gerade weil sie auf Wille dann auch sein sollte, das würde hier wahrscheinlich auch die Erfolgsrate noch mal deutlich steigern, ist das hier schon ein bisschen besser, wenn ihr sie auf Wille habt und die sollte dann entsprechend auch überleben können. Krit-Rate muss nicht unbedingt 100% sein, aus meiner Sicht, also ihr solltet halt eine hohe Krit-Rate haben wegen der zweiten Fähigkeit, aber muss nicht unbedingt sein. Vielleicht wird es jetzt, ist es noch ein bisschen wichtiger geworden durch den Krit-Rate-Bug, der jetzt behoben worden ist, dass jetzt ja dann auch 83 Krit-Rate auch wirklich 83 Krit-Rate sind, aber ansonsten sollte das eigentlich auch schon so ausreichen beziehungsweise bei mir funktioniert eigentlich recht gut. Meine Aetna ist auf einem Speed-HP-Bild, ja, also eigentlich so eine Art Support-Bild, wenn man das so sieht, ja, und versucht halt noch ein bisschen Krit-Rate immer über die Substats zu generieren. Denn ihr seht hier, Krit-Rate ist da überall noch ein bisschen mit drin, gerade wegen ihrer zweiten Fähigkeit solltet ihr die Krit-Rate nicht vergessen und ein bisschen ACC kann auch nicht schaden. Also generell, Aetna ist ein sehr, also profitiert von allen Stats, die hier oben sind, profitiert sie sehr und Krit-Rate kann nicht schaden und natürlich ACC auch nicht. Ja, soviel zum Thema zu meiner Aetna. Wie gesagt, die ist ja mit Cam und Vega noch gepaart, die zeige ich jetzt nicht nochmal extra, weil nicht, dass hier Leute noch die Defense rausgucken hier, auch wenn das jetzt nicht so wichtig ist, aber die steht hier recht gut 10-7, also ist jetzt natürlich keine Ahnung, 25-0 oder sowas, aber ich sag mal, dadurch, dass sie immer noch positiv steht, bin ich da immer noch ganz guter Dinge, wenn man wahrscheinlich auf meiner Aetna noch ein Wille-Set mit drauf packt, statt diesem Broken-Set, werde ich momentan drauf haben, wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser laufen, aber dafür braucht man natürlich die Runen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal an, wie die Pros Aetna so runen. So, dann konnten wir diesmal sogar aus der Monster-Info was rausfischen, was man nicht so häufig steht, ich muss vor allem wirklich die Leute, vielleicht auch die bisschen weiteren Spieler, die das vielleicht nochmal sehen sollten, wenn ihr gute Monster geruhnt habt, schreibt es bitte in die Monster-Info, die Monster-Info ist so ein Bullshit teilweise, was ich hier suchen muss und jetzt hat man Gott sei Dank mal einen recht guten Bild gefunden und man sieht, man guckt sich jetzt die Stats so auf Aetna an und denkt so, naja, der Duki hatte ja auch plus so um die plus 150 Speed, Duki hat sogar noch ein bisschen mehr Leben gehabt, so Defense war ungefähr gleich und ja, Crit-Rate und ACC, glaube ich hatte ein bisschen mehr ACC. Der wird ja sicherlich, wenn man das jetzt so sieht, wird der sicherlich auf einem ähnlichen Bild sein, unabhängig davon, guckt euch mal die Attack-Werte an, brah, muss los und jetzt guckt euch das hier an, Speed, Crit-Rate, Attack, dafür plus 18.000 Leben und 600 Deft, solide würde ich sagen, solide, also sieht sehr solide aus, wie hier die Aetna gebaut ist, wie gesagt, auf Speed, Crit-Rate, Attack, auch eine Möglichkeit, aber vergesst, geht nicht nur auf diese Hauptwerte, sondern hier ist vor allem wichtig, dass ihr genug HP und Defense mitbringt, also wenn ihr auf so einen offensiven Bild geht, müsst ihr die Ruhnqualität haben. Vio Wille auf Aetna unverzichtbar, wahrscheinlich auch im Gehirn- und Belagerungskampf, also dafür sehr, sehr gut einsetzbar und ja, Aetna kann man auch, ich kann euch jetzt nochmal zeigen, das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, wie ihr sie sozusagen im Gehirn- und Belagerungskampf nutzt. Meine Aetna nutze ich zum Beispiel auch noch in der Welt-Arena, in der Slowcleave, wenn jetzt nicht gerade Realtime, wenn jetzt nicht gerade Vier-Sterne-Arena ist, dann nutze ich sie noch in der Slowcleave, bedeutet wiederum, wir haben sie in dem Fall auf Vio Wille, auch mit recht guten Überlebenswerten, dass wir halt einfach die zweite Runde generieren können und dann sorgt sie dafür, dass Ge-Defense-Breaket wird, macht vielleicht noch ein bisschen Schaden und macht dann quasi das Setup fertig für meinen Damage-Dealer, der hinterherkommt, sei es ein Werat, sei es ein Poseidon, sei es ein Sairos oder was auch immer denn der Damage-Dealer ist, den ihr da eurer Wahl hinterher baut, so kann man Aetna auch spielen. Man kann Aetna auch sozusagen weniger auf dem Damage-Variante spielen, mehr in diese Support-Richtung, dass sie halt einfach mehr sozusagen Kontrolle ausübt und dann mehr in so einem typischen Bruiser-Team unterwegs ist, so könnte man Aetna in der Realtime-Arena auch spielen und generell wollt ihr eigentlich Aetna, wenn ihr diese Overall seht, ist sie eigentlich mehr eine PvP-Unit, als dass sie, sag ich mal, hier euch im Dungeon irgendwie weiterhelfen würde oder, ich meine, man kann sie natürlich als Aiden-Farmer auch benutzen, theoretisch, aber es gibt da bessere Monster, Duschen zum Beispiel, oder den Homongolus wieder. Ja, soviel zum Thema Aetna und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den spaßigen Elementen, nämlich zu den Licht- und Dunkelheitselementen. So, das Erste, die wir bei DNF haben uns hier mal angucken wollen, ist Azima und Azima, also wer von euch Azima hat und die vielleicht noch auf so sehr schlechten Runden und ihr noch nicht die besten Runden gegeben habt, dann schämt euch, weil wenn ihr Azima gezogen habt, habt ihr eigentlich basically Summoners War durchgespielt. Also Azima ist gerade, was das Thema Anwendungsgebiete angeht, insane. Also wirklich, wie viel, aufgrund ihres, ihres Kids, das gucken wir uns gleich nochmal an, in wie viel Spielbereichen man sie einfach einsetzen kann, weil sie, weil ihr Kittet einfach dazu, sie dazu befähigt, ist unglaublich. Deswegen gebt ihr wirklich ein bisschen Liebe, solltet ihr sie haben und wenn ihr das macht, drückt auch gleich nochmal ein, zwei Glückstropfen mehr in Richtung meines Accounts, damit ich vielleicht auch mal eine Azima bekomme, weil Azima ist schon, ja, richtig gut. Wie gesagt, die erste Fähigkeit, kontinuierlicher Schadenseffekt für zwei Runden, kennen wir schon, Meißeln, kennen wir schon von Beth, ja, ist so ziemlich, also ist die gleiche Fähigkeit, identisch und Krümel oder was auch immer das hier sein soll, ist eine Fähigkeit, die Azima insane macht, einfach wirklich, wirklich komplett insane. Hier ist wieder ein Aoe, also es ist quasi wieder alle, alle Gegner werden angegriffen, alle Gegner und wir haben hier auch wieder den Unterschied zu den anderen Hüllendamen in Wind und in Feuer, beziehungsweise später dann auch noch in Dunkel, dass dieser Defense Break keine Aktivierungsrate hat, das heißt, wir sind hier wieder bei 100% Aktivierungsrate und müssen uns nur um das Accuracy und Resistance Verhältnis kümmern, von daher ist so ein Defense Break schon mal sehr, sehr stark, ist ein Triple Hit, ja, also greift alle Gegner dreimal an und versenkt die Verteidigung und weil das ja nicht reicht, hat sich kaum so ausgedacht, alle klar, wir machen nochmal zwei Runden kontinuierlichen Schaden dazu mit jedem der drei Hits, ja, und weil das ja auch noch nicht reicht, haben sie sich gesagt, ach und wisst ihr, was doch noch smart wäre, ist, wenn sie, wenn einfach ihr Angriffsbiken sich noch erhöhen würde, pro kontinuierlichen Schadenseffekt, der auf dem Gegner gemacht wird, nachdem der Angriff durchgeführt worden ist. Bedeutet, dadurch, dass ihr ja sehr viele Gegner hitten könnt mit so einer Area of Effect, also mit diesen, mit diesen Flächenschaden Fähigkeiten, erzielt jeglicher kontinuierlicher Schaden, den ihr da draufknallt und bedeutet quasi instant, also wenn ihr sie zum Beispiel in, ähm, in Szenarien baut, wo, wo fünf Gegner, wo ihr fünf Gegner habt, wo ihr vier Gegner habt, also wo ihr sehr viele Gegner habt, bruh, die, die Turn cycelt einfach so krass, ohne dass sie ein View-Set hat mit ihrer dritten Fähigkeit, ähm, ja, einfach nur dadurch, dass kontinuierliche Schadenseffekte draufkommen, ne, also das bedeutet, man kann sie quasi im PvE-Content, wo es keine Willerunen gibt, kann man sie einfach insane gut spielen, also sie, sie, sie cycelt einfach ihren, von ihrem dritten Spell rein in den zweiten und wenn dann auch was steht, dotten die einfach, sobald sie ihren Turn haben, runter, also vielleicht das Ganze noch kombiniert im Riesen, insane, also im Riesen kombiniert mit Tartu oder mit Saat, äh, oder für die Leute, die immer die Aussprache Saat nicht so gerne abhaben mit Sarth, wie auch immer man den ausspricht, ja, wie auch immer, Azima ist insane, also wirklich, wenn ihr Azima habt, gebt ihr bitte gute Runen und dann, äh, gucken wir uns doch gleich mal ein bisschen konkreter an, was für Runen, aber bevor wir das machen, äh, gehen wir nochmal so ein bisschen rein, äh, Spielbereiche, ne, Turm der Prüfungen, kann sie das wahrscheinlich komplett solo in ihr gefühlt, also, wer einfach ein Defense Break plus kontinuierlichen Schaden hat und selber noch Turncycling kann, insane, Turm der Prüfungen, richtig gut, Kairos Dungeon, Riesenwahrscheinlich eine Möglichkeit, Drachen, also ist definitiv so, am Drachen, Necropolis könnte sie wahrscheinlich auch spielen, äh, einfach nur Multi-Hitten, also ihr habt vorher noch ein paar Multi-Hitter drauf, sieh hinterher, uff, sie hat ja selber noch Multi-Hits, richtig stark, Eisener Dungeon könnte sie vielleicht eine Option sein auch, ja, ich glaube im Dungeon des Urteils, doch im Dungeon des Urteils müsste sie ja auch funktionieren, ja, also ich glaube ja, also ne, wenn es denn darum geht, wo wollt ihr Asima, wo kann man eigentlich Asima nutzen, Antwort, ja, also überall, also wirklich, die kann man überall nutzen, Gehen- und Belagungskampf kann man sie bestimmt auch benutzen, da habe ich, jetzt habe ich mit den Teams noch nicht so die Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, ansonsten Szenario, ja, ähm, hier hinten Arena, ne, ja, also ich meine, Arena ist noch, ist noch krasser, ne, also eine Arena, wenn ihr eine, wenn ihr eine Asima gezogen habt und ihr besitzt vielleicht, ihr habt vielleicht auch noch das Glück, dass ihr eventuell noch eine Tiana mit rumliegen habt, GG, also willkommen im Guardian-Bereich, würde ich nur sagen, ne, aber das ist wirklich, natürlich braucht ihr noch die Runen, aber, wenn ihr euch das mal anschaut, hier bei, sieht man das hier in der Nutzungsimpfung, vielleicht mal so ein bisschen, also mit einer, äh, mit einer Tiana zusammen, habt ihr einfach die Möglichkeit, dass der Gegner jegliche Immunity verliert, quasi ohne Bedingung, ne, und dann kriegt ihr Attack-Balken, ihr bufft vielleicht noch selber die Attack mit Asima und sie kann ja einfach selber Death-Breaken und, dann die ganzen, den ganzen Schaden verteilen mit den kontinuierlichen Schadenseffekten und danach ja auch noch selber sich nochmal eine Runde geben, what? Und das Ganze vielleicht noch kombiniert, was wäre noch Toxic, wenn sich der Gegner da nicht mehr bewegen kann, weil er vielleicht einfach gestunnt ist, aha, richtig, auf einem Disperse-Set vielleicht noch ruhen, ähm, uff, ja, also das ist wirklich, Asima ist insane, also wenn ihr, Asima könnt ihr wirklich richtig gut benutzen, äh, in der Arena, in der Realtime-Arena, in PVE, also überall, ihr könnt sie einfach überall benutzen, Asima ist richtig gut und wenn nicht sogar, was das Thema Nutzbarkeit angeht, das beste, LDNet-5, wow, just wow, ähm, ich würde jetzt gerne euch so ein paar Builds zeigen von Asima, wie man sie benutzt, leider habe ich nur einen gefunden, in den, in den Monster-Infos, äh, habe ich einen, sage ich mal, einen Ansatz gefunden, wie man sie bauen kann, ja, aber nicht, ich habe leider keine Top-Bilds gefunden, ich weiß, wie Top-Bilds aussehen, weil es da so diverse einschlägige Seiten gibt, wo man das nachgucken kann, ähm, aber ich kann euch jetzt nicht im Spiel zeigen, schon mal Leute, wie, wie das aussehen kann, deswegen reden wir jetzt erstmal mehr drüber, als dass ich euch das leider nur zeigen kann, wenn ihr da draußen zufällig über das Video stolpert und noch Asima habt und dass wir nochmal ein Asima-Showcase oder sowas machen können, sehr gerne, also würde ich sehr gerne mal in meinen eigenen Händen halten, so ein, so eine Asima, einfach mal so das Gefühl zu haben, wie es ist, eine Asima zu haben, weil, sind wir mal ehrlich, ähm, ich bin jetzt mit tausend, über tausend, siebenhundert Tagen dabei oder noch mehr, ähm, und keine D-Net5. Willkommen bei Summoners War, ähm, wie baut man jetzt Asima? Also, also, was ich so gehört habe, ist, auf jeden Fall auf Despair und Wille kann man, natürlich gerade für den PvP-Bereich, Wille ist dann da natürlich sehr, sehr gefragt, äh, und dann reicht es, wenn ihr sie sozusagen so auf, äh, vom Speed her ist jetzt schon, deswegen sage ich, die ist jetzt nicht so weit weg, ja, vom Speed her ist jetzt schon in Ordnung, ja, das ist so die unterste Grenze, man kann sie vielleicht auch noch schneller machen, je nachdem, was eure Rundqualität hergibt, aber dann müsst ihr auch noch, dürft ihr dabei nicht vergessen, dass die HP auch, so wie sie hier sind ungefähr, so um die, ähm, 20 bis 25k insgesamt hart, äh, hat an HP, ja, und, äh, jetzt müssen wir mal gucken, äh, Attack wäre jetzt natürlich schön, wenn es so die 2000 schon, schon sein würden, hier sind wir sehr nah dran, aber hier fehlt natürlich eine Menge Defense, also wenn ihr hier noch, sagen wir mal, so um die 1000 Defense noch mit hinbekommt, dann ist die schon ziemlich fein, und natürlich, Crit-Rate und Crit-Damage, und das ist, was die Asima hier leider nicht hat, aber das ist die einzige, die, sag ich mal, gefunden habe, die am nächsten mit rankommt, das heißt, normalerweise spielt ihr sie dann auf Speed, ja, hat der Bild hier, dann nicht unbedingt auf HP, sondern auf Crit-Damage, und auf HP oder auf Attack, je nachdem, so dass ihr halt die Werte, die ich gerade davor gesagt hatte, hinbekommt, also das bedeutet, 25k HP, 2000 Attack, 1000 Defense, und 200, 220, wenn nicht sogar noch mehr Speed, je nachdem, was ihr so hinbekommt, und auch in welcher Kombination ihr die spielt, das hängt ja auch an eurer Monster-Kombination, ihr ruht ja nicht nur ein Monster, sondern ihr ruht ja Teams, ne, deswegen, ja, so ungefähr baut man dann Asima, das ist wie gesagt das beste Beispiel, was ich gefunden habe, nachdem ich gesucht habe, ich habe versucht, die ganzen World Boss Scores abzuklappern, und die ganzen Arena Wings, aber ich habe keinen so richtig gefunden, der eine Asima hat, weil Asima ist wirklich, wenn ihr Asima habt dann draußen, bitte spielt das Spiel weiter, oder wenn ihr den Account nicht mehr braucht, ne, ich biete mich natürlich völlig selbstlos an, also, also wenn man eine Asima auf einem Twink gezogen hat, Leute, ist das eine ernsthafte, wirklich, wenn ihr Asima auf einem zweiten Account gezogen habt, ist das eine ernsthafte Überlegung, euren zweiten Account zu einem Main Account zu machen, weil Asima ist einfach insane, gut, ähm, Soviel zum Thema Lichthöllendame, und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zur dunklen Variante. So von der Lichtvariante Asima geht es jetzt hin zur Dunkelheitsvariante Kraka, und also wirklich, wenn man das so sieht, Licht und Schatten, ne, also Licht, Asima, und Schatten, Kraka, und, ähm, leider ist das so, also momentan ist das, nach dem aktuellen Stand, äh, dass Kraka wahrscheinlich im Vergleich zu Asima wirklich, also gut, ein Monster mit Asima vergleichen, ist sowieso unfair, aber, äh, unabhängig davon, dass die auch unterschiedliche Rollen einnehmen, ähm, ist Kraka auch so, was ihre Anwendungsgebiete angeht, uff, und was ihre Skills angeht, und gerade auch den dritten, der ja eigentlich unique sein sollte, ähm, nicht so geil, wie man sich das vorstellen würde, und, wahrscheinlich ist Kraka auch eins der schlechtesten LDNet-Fives, ja, also, wir gucken uns mal die Spells ein bisschen an, und dann begründige ich euch das auch, warum, äh, Wunde, ist wieder die kontinuierlichen Schadenseffekte für eine Runde, äh, für zwei Runden auf einer Fee, für einen Monster, okay, Zertrümmern ist wieder, ist ein sehr solider Spell, kann man nichts sagen, ja, den haben ja auch die anderen Höllendamen, also gerade auch für Wind, macht das sehr viel Sinn, gerade auch in Kombination mit der ersten, mit der dritten Fähigkeit, ähm, ähm, und das ist eine schöne Fähigkeit, und die sollte möglichst auch mit der dritten Fähigkeit irgendwie synergieren, also, das macht einfach Sinn, ja, und jetzt kommt die dritte Fähigkeit, und da bin ich ein bisschen, wir gucken uns die mal an, belebt alle toten, toten Verbündeten wieder mit 30% AP, okay, und alle Fertigkeiten stehen zur Verfügung für die Verbündeten, ähm, das heißt, ihr belebt dann eure Leute wieder, und die haben alle, ähm, ihre, ihre Fähigkeiten wieder da, und können die sofort nutzen, nur das Problem ist, ihre Techbiken sind unten, und, naja, dafür hat sich Konto was überlegt, okay, dann machen wir bei den wiederbelebten Verbündeten außerdem eine Runde lang Unbesiegbarkeit, das heißt, Konto hat es schon gesehen, und hat gesagt, alles klar, es wurde übrigens vor einiger Zeit dazu gepatcht, weil das gab's nicht immer, ähm, dann schmeißen wir auf die, auf die wiederbelebten Verbündeten nach Unbesiegbarkeit, dann können sie ja nicht besiegt werden, und dann, soweit sie dann ihren Turn kriegen, kriegen sie halt ihren Turn, und können dann ihre Spells benutzen, okay, ja, so von der Theorie her erstmal, erstmal schlüssig, kann man natürlich, diese, diese, diese Buffs kann man natürlich wieder runternehmen, mit anderen Monstern, das macht das dann wieder ein bisschen sinnloser, aber, ist eine andere Frage, äh, die Abklingzeit, jetzt kommt noch der nächste Satz, die Abklingzeit dieser Fertigkeit wird für jeden wiederbelebten Verbündeten um eine Runde erhöht, uff, also, hier gibt's sogar, hier gibt's sogar dennoch wieder so, 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 so ein Drawback quasi, also das, von wegen, ja, wir pushen hier auf der einen Seite ziemlich gut, ist ein LD-Net5, Leute, also von daher, ihr solltet hier auch ordentlich was reinpushen, und dann, äh, schießen wir das am Ende wieder so in alter, alter typischer Net5-Manier wieder zurück, wenn nicht sogar auf Net4-Manier, also, und jetzt zeige ich euch mal zwei Monster, die fast das gleiche können, und die kein LD-Net5 sind, ja, zum einen, gut, bei dem einen kann man ein bisschen, bei dem einen kann man ein bisschen drüber streiten, warum das Monster eigentlich kein LD-Net5 ist, ja, wenn Kraker eins ist, ähm, und das ist der gute Armana, ähm, der hat hier Geheimnis des ewigen Lebens, entfernt alle schädlichen Effekte bei allen Verbündeten, erholt deren HP jeweils um 30%, ja, deiner Max-HP, also wir haben ja nochmal sozusagen einen Heal und einen Cleanse, und dann belebt Tote Verbündeten mit 30% HP wieder, das ist das gleiche, was wir bei Kraker gerade hatten, und die Skill-Upklingzeit wird für jeden wiederbelebten Verbündeten um zwei Runden verlängert, also sein, also für den Spell hier, so, das heißt also, er kann wiederbeleben, aber die Spells sind noch nicht ready, also, so wie bei Kraker ist das nicht ganz so, ist ein bisschen sehr ähnlich, und okay, man kann hier sagen, er hat aber dafür, dass er ein AD nicht vor ist, also das ist ein Vier-Sterne-Monster, wenn ihr das hier seht, ne, wenn ihr den droppt, das sind Vier-Sterne-Monster, aus irgendwelchen Gründen, hat aber trotzdem noch eine Möglichkeit, quasi Sachen zu cleansen, also Leute zu healen und zu cleansen, was sehr, was ziemlich Gutes an sich, mittlerweile natürlich auch Armana hat so ein bisschen das Problem, dass er momentan, ähm, weil, weil ja auch der Raid, Raid nicht mehr so krass ist, also, dass man Armana einfach im Raid weniger spielt, weil es ja diesen Baligiansen, R5 gibt, macht das hier weniger Sinn für Armana, aber das soll jetzt auch kein Armana-Guide werden, ähm, Armana auf jeden Fall sehr ähnlich mit dem Monster, und jetzt kommt's, jetzt kommt's noch, noch dicker für, für Kraka, jetzt gehen wir mal hier rein, und gehen wir auf ein Zwei-Sterne-Monster, ähm, was man mittlerweile zweiterwecken kann, ist die gute Cheryl, und gucken uns hier mal die dritte, dritte Fähigkeit an, Heiliger Ruf, erweckt einen toten Verbündeten wieder zum Leben, und erholt die HP des Verbündeten um 30%, wiederbleibt einen weiteren Verbündeten mit einer Chance von 30%, alle Fertigkeiten der wiederbelebten Verbündeten sind einsatzbereit, klar, der ist ein bisschen abgeschwächter, aber theoretisch können hier auch mehr Verbündete wiederbelebt werden, nicht garantiert alle, wie das bei Kraka der Fall ist, aber mehr, und hier kommt sogar noch die ganzen Sachen mit Abklingzeiten wieder mit rein, also, uff, also natürlich ist Kraka, wenn man sich das anschaut, ähm, was die Fähigkeit angeht, die dritte Fähigkeit angeht, besser, ja, und macht auch mehr, wo ist die Höllendame jetzt, ich habe sie jetzt schon wieder übersehen, da ist sie, natürlich ist Kraka, äh, sind die, sind die dritte, ist die dritte Fähigkeit besser als die beiden, die wir gerade gesehen haben, aber ob sie, dieses bisschen besser, nämlich eigentlich ist ja nur, und das bisschen besser ist ja eigentlich nur, dass sie quasi alle Verbündeten garantiert wiederbelebt, und das Unbesiegbarkeit auf den Verbündeten ist, das ist das, dieses bisschen besser, aber was sie auf jeden Fall noch hat, ist, dass die Abklingzeit hier nochmal stark erhöht wird, und das ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit Cheryl vergleicht, ja, auch wenn das ein Zwei-Sterne-Monster ist, ähm, sie hat diesen Drawback hier nicht, ne, also, äh, sag mal, im, im Worst Case könnte, könnte Cheryl hier auch deutlich mehr Verbündete wiederbeleben, also im Worst Case für Kraka, äh, und hat danach gar keine Restriktion für ihre Cooldowns, also, ich verstehe diese Cooldown-Restriktion an der Stelle ein bisschen wenig, ähm, deswegen wollte ich euch nur nochmal zeigen, dass ihr so den Kontext versteht, warum ich hier sage, dass, äh, dass Kraka nicht so gut ist, weil sie müsste einfach deutlich besser sein, als zum Beispiel Cheryl, und das sehe ich jetzt noch nicht, und gerade auch das Thema Beschwören, beziehungsweise Wiederbeleben von Verbündeten, ist ja auch ein sehr reaktiver Spell, den ihr auch nur in bestimmten Nischen anwendet, also in bestimmten Situationen nur, anwenden wollt und könnt, ja, und, äh, äh, da muss der Spell noch vielleicht noch irgendwas anderes haben, weil vielleicht entweder kommen ja noch Attack-Balken dazu, oder, äh, man gibt den Verbündeten, die wiedergekommen sind, noch irgendwelche anderen zusätzlichen Buffs, ich weiß es nicht, da muss man sich noch was überlegen, oder ob man sie, ob sie wirklich unbedingt als Rückhalt-Monster wiederbeleben muss, oder vielleicht noch andere Sachen, die Rückhalt-Monster noch gut können, vielleicht noch Immunity mit drauf, statt, statt Unbesiegbarkeit, vielleicht Immunität und Unbesiegbarkeit, ich weiß es nicht, aber, ähm, ich glaube, äh, hier muss noch einige bei der dritten Fähigkeit passieren, oder man überlegt sich vielleicht noch die Kombination aus der zweiten und dritten Fähigkeit, ob das so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Unabhängig davon, habt ihr jetzt mal so ein Einblick bekommen, was Kraka jetzt so macht, wir gucken jetzt jetzt trotzdem mal an, wie man sie momentan ruht, ja, und ich würde sagen, wir springen da mal rüber, ich habe da jemanden gefunden, der tatsächlich eine Kraka geruht hat, aber auch da hat es mit Vorsicht zu genießen. So, und wir sind hier mal wieder auf dem Account des guten Juldo von der Geo-Delict-Raisille gelandet, also den kennt ihr ja mittlerweile schon ein bisschen, haben wir uns bei vielen Monstern, haben wir uns bei ihm bedient hier, und mittlerweile auch, er hat auch eine Kraka, ja, und die Kraka ist auch als typisches Rückhalt-Monster geruht, aber sie ist auf einem Despair-Focus-Set, und, ähm, jetzt gerade, wenn man sie, sag ich mal, im PvP-Bereich nutzen würde, weil Kraka, wenn wir uns die Einsatzgebiete anschauen, wenn ich mir die Streets anschaue, macht Kraka wenig Sinn, sag ich mal, überhaupt im PvE-Content zu spielen, und wenn ich sie im PvP-Content spiele, würde ich ihr wahrscheinlich ein Wille-Set mit Qual zusammengeben. Und das hat der gute Judo hier nicht getan, worauf ich schließe, oder man schließen kann, dass sich das hier einfach nur um ein World-Boss-Monster handelt, was ja quasi, dem World-Boss-Monster hat ja quasi sehr gute Rückhalt-Stats gegeben, also HP, Defense, Speed, ja, einfach effiziente Werte, und dann auch ein bisschen ACC dazu, ich weiß aber nicht, ob er Kraka wirklich so nutzt, ohne einen Wille-Set, also gerade mit dem Tempo ohne einen Wille-Set, macht sie schon sehr, sehr schwer verwundbar. Ansonsten, trotzdem, Qual ist eins der richtig guten Sets, die man auf ihr spielen kann, man kann sie wahrscheinlich auch auf Vio spielen, aber ich würde hier eher Qual gehen, gerade für die zweite Fähigkeit, dass ihr quasi, während ihr die dritte nicht nutzen könnt, weil eure Verbündeten noch am Leben sind, könnt ihr ja die dritte nicht einsetzen, also wofür, das heißt, dass Zertrümmern einfach noch ein bisschen mehr Impact hat, in dem einfach, also mehr Einfluss hat, in dem einfach ihr noch Stunnen könnt, mit einem Despair-Set, deswegen denke ich mal, der größte Call, den man hier machen wird, ist Kraka auf Despair bauen. Und dann noch Speed HP HP, das ist völlig fein, also so kann man die auch ruhen, denke ich mal, und dann ist halt die Frage, wenn ihr sie wirklich bauen solltet, ob man, also ob man dann so viel Defend, so viel HP hier draufknallt, ist die eine Frage, zumal ich ja auch glaube, bei dem Heal steht jetzt hier, also bei der Verbündeten, bei der Wiederbelebung von den Verbündeten, hat es ja auch keinen Ausschlag darauf, wie viel HP sie hat, sondern die werden einfach mit 30% Leben wiederbelebt, also von ihrem eigenen Leben, und dann war es das. Deswegen, ja, ihr baut sie wahrscheinlich nicht so viel HP, die Defense ist glaube ich völlig fein, aber ihr müsst nicht so viel HP drauf bauen, und natürlich, der Speed ist so völlig in Ordnung, so kann man starten mit plus 100, aber dann auf Wille, ne, Wille, weil ihr sonst einfach ge-Defense-Braked und getötet werdet, und sie kann sich ja nicht selber wiederbeleben, das wär's ja noch, ne, ähm, ja, soviel zum Thema Kraka, mhm, leider, ein RDNet5 war ziemlich, ziemlich schlechtes, oder beziehungsweise wenig Anwendungsgebiete hat, will ja nicht sagen, dass sie unbedingt schlecht ist, wird immer irgendwo ein Anwendungsgebiet haben, aber, gerade wenn ihr ein RDNet5 zieht, und ihr super hyped seid, dass ihr ein RDNet5 zieht, und ihr zieht dann Kraka, könnt ihr die wahrscheinlich nur sehr situativ nutzen, ja, vielleicht in der Real-Time-Arena, vielleicht, ja, und das war's wahrscheinlich auch schon, vielleicht noch im Gehren- und Belagungskampf, weil da würde mir auch sehr schwer einfallen, wo man sie nutzt, weil sie hat auch noch ein Arena-Lead, das heißt, ich kann sie auch als Leader auch irgendwie nicht so richtig gebrauchen, weil vielleicht, wenn sie, wahrscheinlich könnte man vielleicht auch im Gehren- und Belagungskampf irgendwie nutzen, wenn sie eine bessere Lead hätte, also quasi vielleicht ein Overall-Lead oder sowas, ja, deswegen, es ist schwierig mit Kraka, und das sollte das auch gewesen sein für die Höllen-Damen, für die Höllen-Damen-Video, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen, wie man die Höllen-Damen baut, wenn ihr da draußen noch irgendwo eine Azima vom Laster fallen seht, schreibt mich an, ruft mich an, ruft mich an, ähm, schreibt mir, ne, also Azimas, wenn jemand ein Azima-Secret-Dungeon findet, immer rein, Leute, nein, aber ihr wisst Bescheid, wenn euch die Videos hier gefallen haben, wenn ihr noch andere Monster-Guides haben wollt, über andere Monster-Familien, die wir noch nicht hatten, ja, dann, äh, schreibt das gerne unten mit in die Kommentare, achtet auch beim auf den Kommentaren schreiben darauf, dass es vielleicht schon andere Leute gibt, die vielleicht dasselbe Monster vorgeschlagen haben, und upvotet dann einfach dieses Kommentar, weil ich zähle jetzt nicht die einzelnen Kommentare durch, und ich nehme dann meistens die Monster, die den meisten Upvotes haben, also die Monster, die ihr am meisten wollt, die würde ich dann auch wieder weiter als nächstes machen, und so machen wir das jetzt, ich bin wieder raus für heute, bis zum nächsten Mal, ciao. Musik 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 Musik